Zeig mir, was vor uns liegt. Wir suchen immer nach Hilfe, also komm jederzeit vorbei. Hallo und willkommen. War's das? Jetzt kannst du noch besser reiten. Hast du schon alles gesehen? Wie köstlich. Ja, Osbjord. Ein passender Name für einen Versager. Wenn ihr sie will, kostet es ihnen das Gewicht einer Kuh in Silber. Ach, ich geb dir das verdammte Silber. Oh. Oh. Das ist... Danke. Nun, das ist doch richtig so. Du kannst den Legionär haben. Ich muss das zu Osbjord bringen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oktavian, ich habe etwas, das dich vielleicht erfreut. Maximilian lässt dich grüßen. Was? Er... er gab ihn dir wirklich? Dieser kleine Schelm, wie brachte er es über sich, ihn ziehen zu lassen? Wer nicht fragt, wird nicht belogen. Ich hoffe nur, die Statue erfreut dich. Und dass wir diesen Mann nie wiedersehen müssen. Ach, danke, Evo. Ich danke dir. Ich muss los. Bis bald. Hier, Drücki. Frohe, Mini.